so halli hallo zur nächsten folge ja wir sind auch im ladebildschirm und zwar gehen wir die puppenfabrik jetzt und vorher in die unterfischerei wir sollen ja ein bisschen was klären für unseren daddy und ja wir gehen so wie wir sind weil wir gangster sind in die puppenfabrik wie nie knies reiseführer liebe bürgerinnen und bürger fand grad die fabrik wurde von den puppen besetzt was auch immer die ursache ist verantwortlich dafür ist die firma wie nie knie ich lorenzini wie nie knie ziehe allein los um diese teufel aufzuhalten die fabrik ist zurzeit sehr gefährlich halten sie sich von ihr fern und bleiben sie in sicherheit den rest überlasse ich mr geppetto den mich mehr als jedem anderen vertraue gott sei unser aller gnädig grüße lorenzini wie nie knie ich hatte am anfang solche probleme den namen auszusprechen also wir gehen erst mal hier hin und gucken glaub hier waren die themen aber ich bin mir halt nicht sicher ne halt ne rechts hat er sieht einig Hier ist es. Vannini funktioniert. Alles, was du hier sehen, gehört zu Vannini. Der Klassiest Playboy und der größte Inventor der Krott. Just ask ihn. Nicht nur Puppets. Almost jede Maschine und Tram in Krott wird von hier verabschiedet. Du musst dich interessieren, über den Mann. Was ist er? Er ist er? Ich wünsche, dass wir ihn finden können. Das ist, wenn er noch klingelt. So. Jetzt haben wir das nicht gelesen. Wundereilmittel. Kaufen Sie hier Ihre Wundermedizin. Der Wunderalchemist Clark Shore, auch bekannt als Dr. Allesheiler, hat es geschafft, ein Heilmittel für die schreckliche Seuche herzustellen, die sich in Grat herausgebreitet hat. Hergestellt aus dem Horn eines Einhorns, dem Blut einer zweiköpfigen Schlange und dem Saft einer abgekochten Alraune. Clark Shore hat es selbst getestet und bestätigt, dass die Seuche vollständig heilt. Aber da ging es noch weiter. Die blaue Seuche ist kein göttlicher Fluch. Haben Sie nicht länger Angst? Kommen Sie und besuchen Sie Clark Shore, alias der Allesheiler. Da es sich hierbei um einen limitierten Gegenstand handelt, könnten die Preise variieren. So, bevor wir aber jetzt hier rechts lang gehen, holen wir uns erstmal die da. Also den und den. Hat auch einen Grund. Die sind noch recht easy zu erledigen. Das Vieh da unten ist nachher ein Problem. Die sind saueklig, aber erledigungsmöglich. Gucken wir mal die andere. So. Jetzt hoffen wir, dass wir nicht gesehen wurden. Das ist jetzt wichtig hier. Das ist jetzt wichtig. Das ist jetzt wichtig. Der Faktor. Hast du es hier? Auf! Wie viel hasse ich wie die Pest. Es ist ein Wunder, dass das jetzt so schnell geschlagen war. Ja, wirklich, es ist ein Wunder. Ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's euch, wie es ist. Es ist nicht nur was versteckt und dann widmen wir uns der Nebenaufgabe. Ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's euch, wie es ist. Ein Dreieckschlüssel braucht ihr, der ist wichtig. Dieser Dreifaltigkeitsschlüssel, nicht Dreieckschlüssel. Ich sag's euch, wie es ist. Ich sag's euch, wie es ist. Okay, noch eine Übersetzung können wir uns nicht erlauben. Oh, f**k. Co? Immer mal rein in die Fabrik. Könnt ihr jetzt auch hier runter gehen? Ihr müsst nicht die Leiter nehmen, aber wenn ihr die Leiter nehmen wollt, die ist hier. Was da? Was da? Was? 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 Ich glaube, wir können ja jetzt schon Waffen hier modifizieren, ne? Waffen montieren. Okay, lassen wir lieber noch. Der Salamander durch wird uns noch nützlich sein. Elektropitz ist effektiv, um Puppen zu bändigen. Geh aus dem Weg, wenn du kein Stalker bist. Wir gehen erst mal oben lang. Hier findet ihr rechts nochmal die Themen. Hier so ein bisschen Ergo. Du bist aber schneller als ich dachte. Warte! Lauft die ganz am Rand lang, weil sonst kracht ihr runter. Und fürchtet euch nicht vor dem, was ihr hier unten seht. Euch da kein Kopf so drüber, was ihr da unten seht. Wie gesagt, also bei denen würde ich empfehlen, eine größere Reichweite zu nehmen. Ich mache das gerade selber wieder. Den hier. Könnt ihr easy umklatschen und dann einfach zweimal draufhauen. So, jetzt habt ihr hier aber ein paar Puppen. Den hier. So, dann den da. Da steht schon der Nächste auf. Und da denkt man, ihr braucht halt die größere Reichweite. Jetzt müsst die links sich neben mir auch erhoben haben, die Puppe. Noch nicht. Ich war noch nicht dicht genug dran. Was? Hör mal. Spinnst du heute ein bisschen? Bist du ein bisschen buggy? Sehr geehrter Vignigni, auf ihre Anweisung hin habe ich die Qualitätsprüfung des von den Alchemisten gelieferten Ergos durchgeführt. Natürlich geschah dies im Geheim. Die Qualität des Ergos wurde mit der Zeit immer schlechter. Ich stellte zwar nicht den Ruf der Alchemisten in Frage, aber die Einbußen bei der Qualität sind zu groß, um sie als Zufall zu bezeichnen. Wenn das so weitergeht, werden die Puppen in diesem Quartal mit hoher Wahrscheinlichkeit Effekte aufweisen. Schließlich ist die Qualität des Ergos von größter Wichtigkeit. Laut einer glaubwürdigen Quelle führen die hochrangigen Alchemisten in letzter Zeit Experimente zur Ergoproduktion mit einer anderen Methode durch. Ich persönlich glaube, dass ihre Geheim-Experimente etwas mit der Minderung der Ergo-Qualität zu tun haben. Fringen sie die Leichen der entsorgten Puppen mit kahlen Sumpf aus oder etwas ähnliches. Wie dem auch sei, ich empfehle vorsichtig auf sie zu gehen, statt sich bei ihnen zu beschweren. Nicola, Managerin von Werk 1 Oh nein! Ich weiß, aber ich will das nicht. Ich weiß, aber ich will das nicht. Darauf bin ich jetzt eigentlich noch nicht vorbereitet. Oh, der ist Quartz. Okay. Joa. Haben wir hier eine Erklärung? Zu unserem Feuerdurch. Dieb und Stich. Das sind die Angriffstypen. Okay. Entzündung. Und Rückzugstich. Okay. 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 Das war's. Oh, damit machen wir größeren Schaden, als ich erwartet habe. Oh, damit machen wir größeren Schaden. 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 Oh, fuck. Oh, Gott. Ich muss ja meine Schimpfwörter hier alle piepsen, ey. Ich muss ja meine Schimpfwörter hier alle piepsen, ey. Ich muss ja meine Schimpfwörter hier alle piepsen, ey. Das schafft man nicht, ey. Never. Komm gleich wieder. Warte kurz. Warte kurz. Warte mal. Warte mal. Hm. Warte mal. Das war's. ok 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 das war jetzt irgendwie dunkel laufen was ist jetzt doof wenn ich da rangehe da liegt noch was was haben wir da elektro ich bin hier das war doof das war dumm von mir jetzt muss ich da nochmal durchlaufen oder jetzt muss ich da wahrscheinlich ich kann aber schnell hinreisen ich will reisen schnell das war doof von mir ich bin durch blödheit gestorben durch richtige blödheit ich gehe erst mal zurück ins hotel so das war es auch schon wieder mit dem video das nächste mal gehen wir weiter durch die fabrik und werden auch schauen wie wir diese riesige puppe unten besiegen können also in den nächsten videos nicht im nächsten gleich genauso gut wie unser metallproblem was wir da noch haben und wir erkunden auf jeden fall also was wir im nächsten video hundertprozentig machen ist die fabrik erkunden also das war es von mir ich wünsche euch was und sag einfach mal bye bye bye